hallo ich melde mich jetzt ganz kurz einfach mal so herzlichen dank für all die die heute morgen da waren unglaublich alles granate alles granate im granate lade tolle gespräche tolle einkäufe tolle menschen durfte ich noch kennen lernen jetzt noch kurz bevor es fertig ist heute morgen um 7 uhr sind menschen losgefahren um mich zu sehen also ich bin absolut geflasht und auch zutiefst dankbar muss ich ganz ehrlich sage ich gehe jetzt heim was sagt der kuckuck 20 nach vier sagt der kuckuck auf der uhr ich habe bis jetzt noch pakete gepackt auch dafür ein herzliches dankeschön an all die die im shop bestellten und granate kistler ich trainer haben wir noch schnell um also mehrhin gepackt und mir packen weiterhin ich komme morgen wieder und guck was im shop noch gegangen ist schon pack auch da damit dann am montag wieder alles so weitergehen kann und freue mich darauf weiterhin ganz viele liebe menschen und ganz tolle einkäufe und nette gespräche ich drücke euch alle ganz ganz fest vielen lieben dank jetzt muss ich aufhörer schmerz nass um die auge tschüss eurer schwarzwald tanni